Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vincent und heute geht es um 10 grundlegende Tipps für den besseren und vielleicht effektiveren Umgang mit ätherischen Ölen, insbesondere von doTERRA. Das bringt uns direkt auch schon Tipp Nummer 1. Alle Tipps, die ich auf diesem Kanal und auch in diesem Video geben werde, sind ausprobiert worden mit doTERRA Ölen. Zu anderen Ölen kann ich nichts sagen, deswegen bitte wendet diese Tipps nur für doTERRA Öle an, soweit es möglich ist. Also viel Spaß mit diesem Video. Erster Tipp, wie gesagt, nur doTERRA Öle. Tipp Nummer 2. Wenn ihr Öle kauft oder sie schon zu Hause habt, informiert euch immer, ob ihr diese Öle einnehmen, auftragen und auch inhalieren könnt. Denn wenn ihr zum Beispiel ein Öl, was ihr nicht einnehmen dürft, trotzdem einnehmt, kann es zum Beispiel unangenehm jucken oder auch brennen oder ähnliches, weil es zum Beispiel die Schleimhäute angreift oder ähnliches. Und deswegen informiert euch immer im Vorfeld, das ist ganz besonders wichtig. Entweder sage ich euch jetzt auf diesem Kanal zu den Ölen, die ich je vorstelle, oder ihr guckt einfach auf der doTERRA Webseite selber, da steht es auch nochmal immer drauf. Aber informiert euch bitte immer im Vorfeld, was ihr tun könnt mit Ölen und was lieber nicht. Tipp Nummer 3. Das ist die Lagerung. Öle sollten am besten immer fest verschlossen sein und in dunklen und trockenen Räumen, Schubladen oder Schränken gelagert werden, da sie dann einfach eine bessere Langlebigkeit haben. Das bringt uns auch direkt zu Tipp Nummer 4, nämlich die Langlebigkeit von Ölen ist quasi, der Effekt bleibt immer erhalten. Aber das Aroma kann irgendwann verschwinden, wenn ihr zum Beispiel die Öle immer offen stehen lasst. Also haltet sie immer fest verschlossen, dann haben sie das Aroma und den Geruch einfach viel länger und ihr habt mehr was zu finden. Tipp Nummer 5. Wenn ihr Öle ausprobieren wollt und ihr wisst nicht genau, was ihr jetzt damit machen könnt oder was einen Effekt sie haben, aber ihr wisst, dass ihr sie auftragen könnt, das ist ganz wichtig, dann könnt ihr es immer auf den Fußsohlen ausprobieren. Immer auf die Fußsohlen auftragen, gerne das einmassieren, weil es dann im gesamten Körper gelangt und einfach auch trotzdem seinen Effekt erzielen kann. Aber wenn ihr sonst nicht wisst, was ihr mit Ölen anfangen könnt, immer auf den Fußsohlen gerne ausprobieren. Wie gesagt, Voraussetzung, die Öle muss man auch auftragen können. Bei allen anderen Ölen wird es dann wahrscheinlich eher nicht so effektiv sein. Tipp Nummer 6. Wenn ihr Probleme habt mit einem Aroma oder dem Geruch eines bestimmten Öls, tragt es am besten hier auf die Handgelenke auf, da es einfach nicht direkt in die Nase kommt, das heißt, ihr habt trotzdem den Effekt des Öls am Körper, weil es durch die Blutbahn direkt im Körper kommt, genauso wie bei den Fußsohlen, aber ihr riecht es nicht unbedingt direkt, das heißt, ihr könnt trotzdem von dem Öl profitieren und seiner Wirkung, trotzdem müsst ihr das nicht riechen, wenn es euch unangenehm ist. Außerdem gewöhnt ihr euch schneller an den Geruch des Öls, das heißt, ihr könnt über die Zeit vielleicht sogar eine Sympathie quasi sozusagen gegenüber dem Öl entwickeln, dass es doch dann irgendwann mögt. Tipp Nummer 7. Wenn ihr Öle einnehmen wollt oder generell irgendwie verwenden wollt, fangt erstmal mit kleinen Dosen an und fangt dann immer an, das zu steigern, wenn es nötig sein sollte oder ihr es einfach gerne mögt. Aber trotzdem passt da immer auf, fangt lieber mit kleinen Dosierungen an und steigert das Ganze dann über die Zeit. Über die Zeit heißt nicht, dass ihr nach 10 Minuten keinen Effekt merkt und dann trotzdem das steigert, sondern das wirklich über die Tage und Wochen zu beobachten. Dann das Ganze dann eventuell, wenn es nötig sein sollte, zu steigern, aber fangt lieber erstmal mit dem Minimum an, eintropfen und dann, wenn es möglich oder nötig ist, das zu steigern. Hierbei solltet ihr aber ganz besonders aufpassen, denn wenn Öle zum Beispiel zu viel in den Körper eingenommen werden, müsst ihr bedenken, Öle sind sehr starke medizinische oder auch natürliche Mittel. Und wenn die zu viel davon einnehmen, kann es auch Nebenwirkungen haben. Deswegen dosiert das immer etwas leichter. Und das bringt uns zu Tipp Nummer 8, nämlich die sogenannte 3-Stunden-Regel. Denn wenn Öle in den Körper reinkommen, dann brauchen die ungefähr 3 Stunden, bis sie vollständig vom Körper verarbeitet wurden. Beziehungsweise wenn der Körper sie aufnimmt, braucht er 3 Stunden, bis wieder neue Öle im vollen Umfang dem Körper zugeführt und dann verarbeitet werden können. Deswegen, wenn ihr was Akutes habt, wie zum Beispiel eine Erkältung oder ähnliches, könnt ihr dann beispielsweise on guard alle 3 Stunden gerne nehmen. Wenn ihr aber on guard vorbeugend nehmen möchtet, also jeden Tag zum Beispiel, reicht es völlig aus, das zweimal am Tag zu nehmen. Sonst aber gerne das höher dosieren, wenn ihr das braucht. Wie gesagt, achtet hierbei auf die 3-Stunden-Regel. Tipp Nummer 9. Wenn ihr empfindliche Körperstellen habt und Öle darauf anwenden wollt, nehmt die Öle und tragt sie um die Wunde oder empfindliche Körperstelle außen drum herum auf. Und tastet euch dann langsam ran. Gerne auch auf ein Taschentuch auftragen, das dann auf die empfindliche Körperstelle rauftupfen. Aber hier ganz besonders aufpassen. Noch eine empfindliche Körperstelle, die ihr niemals mit Ölen versorgen solltet, sind die Augen. Niemals Öle direkt auf die Augen oder so an die Augen rantragen. Das werdet ihr merken, das kann dann sehr stark brennen. Ihr werdet nicht blind oder sowas davon. Trotzdem passt immer auf, dass ihr genügend Abstand von den Augen habt, wenn ihr Öle auftragt. Und zu guter Letzt Tipp Nummer 10. Wenn ihr dann doch Öle irgendwo hinbekommt, wo sie dann vielleicht brennen oder unangenehm sind, benutzt niemals Wasser zum Auswaschen. Niemals Wasser verwenden, lieber ein anderes Öl. Und damit meine ich jetzt Arganöl, Kokosöl, Mandelöl. Notfalls auch Olivenöl, wenn ihr nichts anderes da habt. Aber nehmt ein anderes Öl, denn das wäscht das Öl viel besser noch als Wasser. Wasser kann den Effekt sogar noch verschlimmern, da es das Öl tiefer in die Haut reinpresst. Und deswegen kann es dann vielleicht sogar noch mehr brennen oder unangenehmer werden. Also, wenn ihr unangenehmes Brennen oder ähnliches verspürt, wenn ihr ätherische Öle verwendet, nutzt zum Auswaschen immer ein fettendes Öl. Ganz wichtiger Tipp, unbedingt merken. Das war's auch schon mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr Tipps möchtet oder auch andere Fragen noch habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder lasst auch gerne ein Like da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent.